Für die aktuelle Fotoherausforderung Lambo No. 5 müsst ihr lediglich mit irgendeinem x-beliebigen Lambo hier an diesem Punkt hier hinten, genau da, Arco de Carbo, wie auch immer das Ding heißt, genau, einfach hier ein Foto schießen, ziemlich easy, einfach nur kurz hinfahren, wenn ihr dann dort seid, Steuerkreuz nach oben, Bild machen, fertig. Ja und wie gehabt, Steuerkreuz nach oben, kurz das Motiv auswählen, R, B oder A und schon habt ihr die Aufgabe, wie hier bei mir, erledigt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, habt euren Spaß, bleibt gesund, euer Torgon137, bis bald. Bis zum nächsten Mal.